Katzenbesitzer haben manchmal Schwierigkeiten zu verstehen, warum ihre Samtpfoten, die in der einen Minute freundlich und zufrieden zu sein scheinen, in der nächsten plötzlich beißen und kratzen. Obwohl Überstimulation keine Aggression ist, kann die Reaktion sehr aggressiv erscheinen. Du kannst jedoch beruhigt sein, da dieses Verhalten normal ist und leicht kontrolliert oder verhindert werden kann. In diesem Video verraten wir dir alles, was du darüber unbedingt wissen musst. Überstimulation. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Katzen plötzlich beißen, wenn sie gestreichelt werden. Ein Grund für diese Reaktion kann übermäßiges Streichen sein. Es kann aber auch auf Stress oder angestaute Frustration zurückzuführen sein. Stress oder Frustration entstehen entweder durch mangelnde Interaktion oder durch zu viele Reize, die unerreichbar sind, wie zum Beispiel Vögel am Fenster. Alle Katzen haben die Fähigkeit, überreizt zu werden, aber sie reagieren unterschiedlich, je nachdem, wie frustriert sie sind und oder wie sehr sie es tolerieren, gestreichelt zu werden. Manche Katzen reagieren nur mit einem Schwanzwedeln und eskalieren nicht, während andere zum Beißen neigen. Alle Reaktionen, insbesondere das Beißen, sind jedoch ein Signal der Katze, dass sie genug Streicheleinheiten bekommen hat. Du solltest dir des Verhaltens deiner Katze bewusst sein und das Streicheln oder andere Interaktion beenden, bevor es zu einem Biss kommt. Zu den Signalen, auf die du achten solltest, gehören unter anderem Unruhe, der Schwanz der Katze beginnt zu zucken, die Ohren drehen sich nach hinten oder wackeln hin und her, das Fell zuckt beim Streicheln, die Katze dreht oder bewegt ihren Kopf in Richtung der Hand. Was ist zu tun? Wenn du eines dieser Signale bemerkst, solltest du sofort aufhören, die Katze zu streicheln und ihr erlauben, ruhig auf deinem Schoß zu sitzen oder ihren eigenen Weg zu gehen, je nachdem, was sie vorzieht. Wenn du versuchen möchtest, die Zeit, in der deine Katze Streicheleinheiten toleriert, zu verlängern, kannst du sie mit Futter belohnen. Wenn deine Katze zum ersten Mal eines der eben beschriebenen Verhaltensweisen zeigt oder auch schon vorher, biete ihr einen besonderen Leckerbissen an, zum Beispiel ein kleines Stück Thunfisch oder gekochtes Huhn. Verringere gleichzeitig die Intensität deiner Streicheleinheiten. Streichle deine Katze weiterhin für kurze Zeit, während du ihr Leckereien anbietest. Versuche jedes Mal etwas länger zu streicheln. Das Streicheln wird dann mit angenehmeren Dingen in Verbindung gebracht und kann dazu beitragen, dass sie es länger genießt. Achte darauf, dass du mit dem Streicheln aufhörst, bevor sie Aggression zeigt und nicht als Folge von Aggression, da du diese sonst unbeabsichtigt verstärken könntest. Mehrere Stunden interaktives Spiel am Tag können ebenfalls dazu beitragen, dieses Verhalten zu reduzieren oder zu beseitigen, indem Stress und aufgestaute Frustration abgebaut werden. Was man nicht tun sollte Jede Art von körperlicher Bestrafung verschlimmert das Problem, da die Katze dann aus Angst eher zubeißt und oder das Streicheln noch unangenehmer wird, wenn es mit Bestrafung verbunden ist. Vermeide die Verwendung von Laserlicht, wenn du mit einer überreizten Katze spielst. Laserlichter sind einfach zu bedienen und bringen die Katze normalerweise dazu, herumzulaufen, was eine gute Übung ist. Aber es ist wichtig, dass die Katze die Befriedigung genießt, das Spielzeug zu fangen, was mit einem Laserlicht nicht möglich ist. Daher kann Laserlicht zu mehr Frustration führen und wird für überreizte Katzen nicht empfohlen. Möchtest du jetzt noch wissen, was deine Katze mehr hast, als hochgehoben zu werden? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches du jetzt im Bild siehst. Vergiss auch nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit du kein neues Video mehr verpasst.